Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich soll die Werkstatt benutzen, das können wir jederzeit machen, das wundert mich aber. Es ist an der Zeit, dem Magnus Opus einen Booster zu verpassen. Wähle die Kategorie Booster und baue den doppelten Nitro Booster ein. Okay. Klingt einfach. Booster. Jetzt, da die Bedrohung verringert ist, kann Chum den doppelten Nitro Booster mit dem gesammelten Schrott montieren. Okay. Jawohl, 35. Passt. Erfolgreich installiert. Das ging ja ratzfatz. Verliere den Nitro Booster aus. Jetzt muss ich ihn unterdrücken. Sollen wir fahren, oder was? Okay, dann müssen wir erstmal zu dem Platz fahren, wo wir den ausprobieren können. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Schon gleich wieder im Arsch. Wir siegen die Spotter. What the fuck sind Spotter? Mach schneller, Kumpel. Ist dein Ernst? Tolle Karre. Super aus. Wir müssen die Booster. Wir müssen silence them before they call their friends. Oh. Oh. Bam. Hauptmission abgeschlossen. Die Arbeit der Rechtschaffenden. Die Arbeit am Magnum Opus kommt gut voran. Doch es fehlt das Herz. Er braucht einen V8-Motor. Natürlich braucht er ihn. Machen. Oh, was war denn jetzt? Was war denn das? Wir hätten da geschrien. War er das? So, dann auf ins Sanktum. Ich weiß, hier liegt ein Schrott, aber momentan brauchen wir ja gar keinen. Sollten wir. Gehen eins ab. Also bis jetzt finde ich die Geschichte zwar einfach, aber durchaus stimmig erzählt. Die Sachen sind ganz gut eingebaut. Also es fällt. Kann man nicht anders sagen. Okay. Oh, das ist es die Schöne. Oh, das ist die Schöne. Ich weiß, die Schöne, die Schöne. Ja, sie ist mit den Händen und den Heiligen Geist der Heiligen Silanoi gekommen. Sie ist zu leben, mein süßes Engel. Was habe ich gesagt? V8, nicht V6? Ja, genau. V8 ist die magische Nummer. Du und ich, wir werden einen großen Chef. Ein Bonafide Bad Boy. 429 cm³, 460 Meter. Oh. Oh. Das ist meine Kamera, ich habe es. What? Verdammte Scheiße, sie haben uns gefunden. Oh mein fucking Gott. Ja, 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 ich bei mich doch. Du so eine lahme Kiste baust. Okay. Die haben den ganzen Tanker zerstört. What the fuck? Alter, schau. Jo. We have the car. We need to go. We have the car. We need to go. You know the safe place? Somewhere we can rebuild. I... Jeet, out of the Great White, we can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. That the best we can do? I don't think we have a choice, Ze. What's this? Ein Heißluftballon. Oh. What is this place? Ausguck, benutze den Ballon am Ausguck, um wichtige Orte auf der Karte zu markieren. Oh, da hinten stehen welche und reparieren der Auto. Was ist das? Halten, um ein historisches Relikt zu kriegen. Ah, ein Jetski. Projekt Blackout, Phase 5, Schneemobil. Wir werden nicht zusammen mit den anderen untergehen. Wenn sich jemand auch nur in der Nähe unseres Verstecks begibt, werde ich ihn höchstpersönlich massakrieren. Sarah. Okay, so hat es angefangen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Benzin. Können wir das auf jeden Fall hinten aufruhen. Kann nichts da aufruhen. Nicht schlecht. Haben wir schon mal ein bisschen Öl. Öli möli. Suchbereich, 100%. Juhu. So. Y, einsteigen. Okay. Wies. Holy shit. Was ist das da hinten? Alter Schwede. Leute, guckt euch das mal an. Wie hoch kann der denn gehen? Ah. Region entdeckt. Black Morphs. Okay. Hier haben wir was. Vogelscheuche schwach. Black Morphs. Vogelscheuche schwach. Vogelscheuche schwach. Was ist das hier? Begegnung. Schatzbegegnung. Sprich mit dem Ödländer und Hilfe bei einer bestimmten Aufgabe. Okay, wo bin ich denn gerade? Kann man das hier sehen? Hier. Hier. Da. Okay. Was haben wir hier? Ölpumpenlager. Vogelscheuche. Top-Dock-Lager. Schwierigkeit, zwei Sternchen. Eins. Vogelscheuche. Todesfahrt. Ölpumpenlager. Okay. Da hinten ist noch was. Vogelscheuche. Okay. Okay. Wo ist das hier kompliziert. Ist hier noch was? Nee, ne? Das war's. Das war das Gebiet. Da unten ist noch was. Ein Punkt. Sniper. Sniper waren Skrotos Interessen und sind sowohl im Nah- als auch im Fernbereich gefährlich. Sehr breit auszuweichen. Okay. Vergessen. Und runter. Das reicht hin. Wahre zu Jeats fest. Jeats the Geek. Oh, da kommt ein Auto. Den rammen wir hier weg hier hinten vorne. Das wird jetzt glaube ich nicht das Problem sein. Komm, wir lassen. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Wo wie geht's? Bäm, bäm, bäm. Wollen wir hier irgendwas mit machen mit der Karre? Nö. Okay. Okay. Dann auf zur Festung. Das scheint das Ding da hinten zu sein. Bin mir unsicher. Öffne die Karte und finde die Jeats Festung. Ah, hier. Das ist in dem anderen Gebiet schon. Drogen verringert. Drogen verringert. Evo lurks behind every two. Range. That's what we need. A shooter with some range. A rifle barrel. A caliber. Large caliber, ja. Real live. Boneshot. Hard to get one. Boah. Er fährt einfach weg, oder was? Naja. Boogescheuche. Okay. Wann hier anbisieren? Jo. Oben ist die fest. Ich hab doch gesagt, es ist... Präparier mal. Na, wie viel gibt's? Elf Schrott. Juhu. Das reicht, komm. Auf, auf, auf. Sniper. Oh. Okay, wir werden defol. Okay, ist runtergefallen. Ja, die Festung ist auf jeden Fall fett. Boah, die Wolken, Alter. Komm mal. Okay. 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 Wrensch-Jockey, an skilled Blackfinger who's an acolyte to the Angel Combustion who besieges you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills, Scrapmonkey? Please, please, we aim to enter the Dead Barrens, and all my gear, it was destroyed by infidel scavengers, and we need to heal this machine. If you let us work here, with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Okay. Eine Fahrzeuggrube? Eine Fahrzeuggrube? Jeats' Festung. Triff eine Vereinbarung mit Jeat. It's not much of a car. You trust that little scrapmonkey? For now. Not much of a stronghold. Careful, now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all, and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Kildai here. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. Proposition then. Don't weaken their grip on these lands. You give us the UCL garage and tools. Boom! Well, I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? The gate, you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Barrens Pass. Okay, sprich mit Chum über das Snipergewehr. You should get your little Blackfinger working on your car. It needs to be beeped up if you're gonna make good on our deal. I have a deal with G. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Freeze me! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking! I have it, huh? I have it, Saint. Just help me find the requisite parts, and some kind of trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage? Take a look. Maybe your stratman can make something up. Im Käfig. Da werden wahrscheinlich die Käfigkämpfe gemacht. Wir brauchen einen Snipergewehr. Wofür? Weiß ich nicht. Na, passt doch. Wofür weiß ich überhaupt nicht. Also irgendwie... Das Spiel lässt relativ viel laufen. Story-technisch. Erahnen. Wenn man hier in dem Spiel die Dings nicht hätte. Dann, okay, wähle Snipergewehr. Snipergewehr. Max hat den Abzugsmechanismus und genug Schrott beschafft, um das Snipergewehr anzubauen. Blablabla, kostet 40. Alles klar, passt. Erfolgreich installiert als Snipergewehr. Jetzt? Verlasse die Festung. Was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Das Snipergewehr ist eine tödliche Waffe, die am Magnum Opus angebaut ist. Ah. Okay, ordentlich Zielhilfe drin. Hammer. Wir fahren zum Pfad der Totenlehre. Alles klar. Das ist bestimmt dahin. Wird man nicht ein V8 haben? Wir müssen diese schrecklichen Gründe sehr vorsichtig machen. Und dann sehen wir das auf. Wir müssen das aufhören. Wir müssen uns angenehm Emotieren. Das ist so, dass wir es nicht gleich ist. Und ab jetzt mit der Flügel ist. Das ist so, dass ich nicht so einschränk. Und dann ist es so. Okay. Oh, diese Metal-Monsters! Scarecrow! Die Region ist mit ihnen! Hier sind die. Polon-Rute entdeckt. Sandsturm! Polon! Finde und vernichte! Anführer! Aua! Machen wir jetzt nicht. Lass uns hier nicht ablenken. Okay, ist das der Kiefer? The what? So what? Long shots! Up ahead! I see them. I could take them out with the sniper rifle. The what? The long shot! No, I have a few rounds. Make them count! Okay. You're a wizard! The long shot is your one! Shh! I have to concentrate. Von wo? Wo schießt er? Da oben. Oh, the long shot sings! Chams kann fahren. Wie kann ich denn sagen, dass er fahren soll? Ich seh' hier keinen weiteren Sniper. Ich seh' hier keinen weiteren Sniper. Ich seh' hier... Ich seh' hier keinen weiteren Sniper. back okay jetzt müssen wir hier hoch was erwartet uns hier auf jeden fall schon mal schrott rum okay es läuft wieder alles auf den fight aus den kiefer vom aussichtspunkt an so schwer kann es nicht sein oh Oh, fuck. Oh, alter. Alter. Damn. Oh, fuck. So, halten zum Fallen lassen. Jetzt müssen wir da hoch. Muni haben wir nicht mehr. Das war so klar. Das trinken wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber gut. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Okay. Das ist der Kiefer. Tja, hat er ja gesagt. Hm. Kehre zu Cham zurück. Hier war doch gerade irgendwas, was ich nehmen konnte, oder nicht? Nein. So. Runter mit dir. Oh, meinst du jetzt bist. Oh. Du musst es tun, bevor wir über die Tür gehen können. Die schwarze Fingern sind bereit, Saint. Ja, ich weiß nur die Schritte, auch. Das heißt, The Jack. Das ist ein Klassiker. Aber oft wird unsere Überzeugung aufhören. Nicht die Harpoon? Soon, soon. Aber sie braucht die Basik erst. Die Auto ist schwer. Entstanden. Lass uns zu Geeks zurückkehren. Und ich zeige dir die Pläne. Okay. Zu Geeks zurückkehren und dann verrät er uns Hauptmission abgeschlossen. Dem Wahnsinn entgegen. Ich muss dem Kiefer, äh, am Kiefer vorbei, um nach Gastown zu gelangen. Aber das wäre reiner Selbstmord, wenn wir den Magnum Opus vorher nicht verstärken. Ja, wir müssen den verstärken, das ist nur wahr. So, und dann geht es zurück zu Geeks Festung. Wenn ich das hier richtig sehe. So. Da ist die Festung. Schnellreise an, aus. Können wir da schnell hinreisen? Ne. Ah, Legende an, aus. Schnellreise. Pfff. Stand da doch gerade Schnellreise, oder? Na ja. Abfall vielleicht hier in Markierung setzen. Dann können wir dahin zurückdriven. Vielleicht können wir auch schnell reisen. Ich weiß es gar nicht. Aber, äh, das gucke ich mir gleich an. Wir sehen uns in Geeks Festung. Äh, oder beziehungsweise auf dem Weg dahin in der nächsten Folge. War ein bisschen die Überlänge. Aber macht ja nichts. Macht ja Spaß. Äh, bis dahin. Haut rein. Bleibt main. Tschüss. Herzegreise. Und dann geht's mich auf das Wasser aus. Der Bauch.